Kotti, wie gut. Im Prinzip, ja. Ja, willkommen auf dem Kott-Kanal. Scheiße, Kotti. Yo, YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog auf meinem Kanal. Heute gehe ich zum Meet & Play in Oberhausen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jumping to the heat Spinning on our feet In a Technicolor beat You and me Caught up in a dream In a Technicolor beat 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 Woman alone Come settle down, settle down Swing me your bones Come settle down, settle down And I feel life for the very first time Love in my arms and the sun in my eyes I feel safe in the Friday and night You carry my fears as the heavens have fallen So, ich bin jetzt recht dran. Hallo Vlog von Kotti Kotti Ja gut, jedem das seine. Meine Güte, liebe Grüße von der TubeCon. Ich, äh, was? Nein, äh, ich hab Probleme. Hilfe. Tschüss. Tschüss. Kotti, wie gut. Im Prinzip, ja. Ja, willkommen auf dem Kott-Kanal. Scheiße, Kotti. Guten Tag, das bist du, ne? Hi. Und ich soll dir ganze was in die Kamera reden. Ähm, reicht es dir schon so? Ja. Also, ich wüsste jetzt nicht was ich noch anders sagen soll. Ja, liebe Grüße, ne? Ja, liebe Grüße, ne? Ja, tschüss. Ja, Wein. Musik He tão he fale fed was ihr bei Es ist hier pagar, vi Ching. Es ist hier悘ав stoked. Later sind wir nur im z durchgedeignend. Scheiße, ich bin jetzt gefährlich, So YouTube, nach dem Event, ich bin jetzt hier gerade fleißig am Schneiden und ja, nochmal so ein kleines Feedback von mir hinten dran. Ich fand diesen Tag echt, echt geil, ich habe nette Leute kennengelernt, mir hat es Spaß gemacht, ich habe Revi und Sturmwafel getroffen und noch andere und es war zwar ein bisschen unorganisiert, aber im Endeffekt war es vor allem mit den Leuten, mit denen ich rumgelaufen bin, echt spaßig und ja, schaut mal bei denen vorbei, die waren halt auch ab und an bei so einem Video. Also, Link zu denen ist unter der Beschreibung, abonniert sie, schaut mal vorbei, lasst ein Like da und so weiter und so fort, kennt ihr ja. Ähm, und ja, ansonsten, was habe ich sonst noch zu sagen? Habe gerade die Hintergrundmusik gefunden, a wonder, ojojojojo, und bin jetzt hier gerade am Schneiden, ich bin jetzt mal, ich mache das ja immer ein bisschen komplizierter, aber das ist bis jetzt der Vlog und äh, ja, ist nicht mehr, wird nicht mehr viel, das hier wird dann der Abspann sein. Und deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag, bis zum nächsten Mal und tschö, mit der Höhe, tschö.